Musik Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen Instagram Magazins, Lazy Lightroom, der beinahe täglichen Sendung, in der es darum geht, gemeinsam aus einem großen Fundus von Bildern das Richtige für den nächsten Instagram Upload auf meinen Account auszusuchen. Und ich hoffe so ein bisschen, ihr kriegt dann ein Gespür dafür, was da zu tun ist an den Bildern, wie man die schnell und zielsicher bearbeiten kann, warum ich die aussuche. Und ihr habt natürlich die Chance, und das ist für mich genauso spannend wie für euch, dann zuzuschauen, ob die Bilder auch wirklich ein Erfolg sind oder nicht so ein Erfolg und wie sich da mein Kanal entwickelt. Der hat jetzt knapp über 1000 Besucher oder knapp über 1000 Abonnenten, also ist so ein kleinerer Kanal noch, soll aber eben langsam wachsen. Und für die, die jetzt schon ein paar Folgen gesehen haben, nur als kurze Nachricht, ihr seid ja auf dem Laufenden, dieser Abonnentenknick durch die falsche Wahl der Text hat zumindest so ein Ende gefunden. Es stoppte langsam und das erste Mal seit längerer Zeit ist in den letzten Tagen auch wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Also scheint der Instagram-Algorithmus, vor dem sich ja alle fürchten, mir diese Untat der falschen Text tatsächlich langsam zu verzeihen. Ich hoffe das zumindest sehr. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir einfach mal, welches Bild wir heute auswählen. Und ja, wie ihr ja wisst, gibt es da eine große Menge von Fotos, die wir hochladen könnten. Und ich habe jetzt Landschaft und Theater in der Hauptsache hochgeladen in der letzten Woche und ich denke, dass das ja eigentlich auch ein Teil ist, den ich besonders gerne mache, dass wir heute nochmal ein Frauenfoto nehmen werden und da auch die nächsten Tage eventuell sogar mit weitermachen. Was solltet ihr von diesem? Ja, eine auffällige Frau. Ich sage mal erstmal, ich bespreche so ein bisschen mein eigenes Bild, damit ich mir auch selber so im Klaren bin. Eine auffällige Frau auf jeden Fall durch diese extrem langen Haare. und was ich ja ganz gerne mache, sie eben nicht irgendwie im Studio aufzunehmen, sondern, ich sage immer scherzhaft natürlich, das Tier in seiner natürlichen Umgebung, also irgendwo in ihrer Wohnung oder bei mir, also in so einer Alltagssituation. Das finde ich ehrlich gesagt relativ prickelnd, weil es dann nicht so überstilisiert ist, sondern eben auch so einen normalen Charakter bekommt. Das Bild, so wie ich es hier sehe, hat so einen leichten beigen Touch. Das Licht ist eigentlich grundsätzlich ganz schön. Dinge, die wir nicht ändern können, ist, dass vielleicht ihr T-Shirt da ein bisschen arg knubbelig ist. Nicht, dass ich jetzt pingeln will, aber wenn man das so genau sieht, wie ich jetzt hier, dann ist das schon ordentlich knubbelig. Das kriegen wir nicht geändert. Wir kriegen so ein kleines bisschen hier so einen Stromkasten im Bild. Den würde ich gleich eventuell noch ein bisschen rausziehen können. Nicht, dass euch das jetzt besonders stören müsste, aber sonst ist an dem Bild so weit. Das sind so ein paar Gegenstände, aber das ist eigentlich, finde ich, alles eben das, was ich jetzt mal natürliche Umgebung nennen würde. Fangen wir mit diesen grundsätzlichen, großen Bildfragen mal an. Also das würde ich immer, wenn so grundsätzlich ein Bild etwas zu verformen ist oder zu tun, würde ich das eigentlich immer als erstes machen, um quasi erstmal grundsätzlich da was herauszubekommen. Ich schaue mal, ob es schon mit der Profilkorrektur etwas besser wird. Das ist in Objektivkorrekturen, wenn ihr ein Objektiv benutzt, das in der Datenbank von Lightroom ist und die Datenbank ist verdammt groß und Lightroom erkennt das dann anhand der Metatext und korrigiert schon mal grundsätzliche Fehler dieses Objektivs. Das ist doch schon mal dann gar nicht schlecht. Und dann gehen wir noch ins Transformieren. Ich mache im Transformieren, damit kann man stürzende Linien ausgleichen, immer erstmal die Autofunktion an. Ich komme hier mal rechts etwas näher, dann seht ihr das. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten und ich versuche es mal mit Auto. Habe ich Auto schon gedrückt? Jetzt habe ich Auto gedrückt. Ne, da findet ihr nichts. Dann schneiden wir die wieder an. Ah doch, ich habe falsch hingeguckt. Und ja, ist tatsächlich, ja, ist ein bisschen besser. Ist so ein bisschen gedreht worden, würde ich sagen. So, ich drehe jetzt aber auch nochmal an den Reglern und schaue, ob wir das jetzt noch einen Ticken gerader bekommen. Dann mache ich dir aber klein hier die Lupe aus. Den Zuschnitt beschränken ist ganz wichtig, sonst kann durch das Verschieben im Bild weißer Hintergrund sichtbar werden. Und wir schauen mal, ob wir es Ticken noch so. Okay, jetzt sehen wir hinten das, worum es mir ging, dass die Linien des Raumes relativ gerade sind. Das ist aber ein bisschen pingelig, weil ich euch das ehrlich gesagt auch nur zeigen wollte, wie es geht. Das hätte ich jetzt im Normalfall vielleicht nicht getan. So, jetzt ist das ganze Bild, ich würde es mal beschreiben als cremig und es darf ja ein bisschen fluffig sein, aber cremig, ich bin mir nicht sicher, ob mir das so gefällt. Ich spiele ein bisschen an der Belichtung erst mal. Dann haben wir auch mehr Kontrast. So, sehr schön, dann sieht man das einfallende Licht von links auch ein bisschen deutlicher. Und ich weiß nicht, ob wir die Cremigkeit durch ein leichtes Verschieben der Tonwerte nach, oder der Temperatur nach blau hinbekommen. Ja, jetzt ist die Cremigkeit auf jeden Fall herausgerechnet. Jetzt würde ich schon sagen, der Rest ist jetzt mehr so Sichtkontrolle. Also das wäre jetzt, ja, das Bild in richtig. Das sind so grundsätzliche Sachen, wenn ich auch im Labor einen Abzug gemacht hätte, die dazu führen, dass das Bild technisch gesehen richtig ist. Jetzt spielen wir ein bisschen kreativ rum. Wir erhöhen mal den Kontrast. Dann senken den mal. Ich muss auch, genau wie jeder normale Mensch, auch mal so im Vergleich sehen. Na, würde ich aber gar nicht sagen. Das kann ja ruhig, ist ja so ein bisschen romantische Situation auch, wie sie da steht. Da muss jetzt nicht unbedingt der Kontrast noch höher. Ich schaue mal, was passiert, wenn ich die Tiefen anhebe. Dann sieht man nur mehr vom Raum. Aber ich könnte die etwas mehr runterdrehen. Dann verschwindet der Hintergrund, nämlich noch etwas. Genauso wie die Schwarzbeschneidung. So, ihr seht, dann ändert sich nämlich an ihr als Person wenig. Aber der Hintergrund säuft etwas mehr ab. Und das kann ja nicht schaden. Dann sieht es noch natürlicher aus. Genauso die Klarheit, die ja auch so ein Ding ist, das ich gerne benutze, wie ihr wisst. Der Regler Klarheit, hier ganz unten in den Grundeinstellungen. Und auch an dem, drehen wir jetzt mal etwas raus, dann wird es schon romantic. Das ist nicht schlecht. Und hart muss es nicht sein. Dann sieht man alles Mögliche. Also ich würde es ein bisschen tatsächlich diesmal rausdrehen, was ich eher selten tue. und würde sogar sagen, dass wir noch das Pinselwerkzeug benutzen. So, und ihren, ihre T-Shirts ein bisschen anmarkieren. Wieder eingeschaltet. Pinselwerkzeug fährt aus, ganz unten. Das automatische Maskieren, das sorgt dafür, dass ähnliche, ähnliche Bereiche eben, ähm, da kann ich es doch, so, dass ähnliche Bereiche anmarkiert werden. Ich hoffe, dass das in diesem Fall dann auch tatsächlich das T-Shirt ist. Also das weiß, zumindest ungefähr. Es muss gar nicht immer so 100% sein, weil wir ja auch nur leicht etwas verändern. Ich schaue mal, was er da ausgewählt hat. Sehr schön. Ich bin fasziniert von diesem Tool. Ihr seht, ich habe eigentlich relativ wild mit dem Pinsel drüber gewischt und schon ist alles, was weiß ist, bis auf den kleinen Zupfel da, jetzt ist er auch weg, ist jetzt rot maskiert. Und, äh, da würde ich jetzt die Klarheit etwas rausnehmen, an dieser Stelle. Und wenn ich das, ich mache mal übertrieben in die andere Richtung, diese Falten, von denen ich sprache im T-Shirt, kann man damit nämlich im Prinzip fast verschwinden lassen. Also habe ich eben Unsinn erzählt, man kann doch etwas dagegen unternehmen. Und was ja oft vorkommt, das hatten wir schon mal. Entschuldigung, wir machen noch einen Pinsel, ein neuer Pinsel. So ein bisschen auf die Arme und hier an den Händen. und das mache ich um ein wenig, ich schiebe da grün rein, um ein ganz kleines bisschen so diesen Blutstau in den Armen, den ja jeder Mensch hat, insbesondere wenn ihm ein bisschen kalt ist, rauszurechnen. So, ich mache mal an und aus, ihr seht das hoffentlich, dann muss ich immer mal einmal näher ran. Jetzt seht ihr hier auf diesem großen Bild oben das T-Shirt und die Hand und ich schalte den Pinsel mal ein und aus oder die Pinsel ein und aus. So, an der Hand eine minimale Änderung. Ich weiß nicht, ob man die im Video sieht, aber am T-Shirt eben deutlich. So, schon viel schöner. Schöner, schöner, schöner. So, und jetzt gehen wir wie immer, ja, wir können noch ein bisschen an der Sättigung drehen. Und da würde ich sagen, ein kleines bisschen sogar rausnehmen, die Sättigung. Das ist wirklich so ein Engelscharakter ein bisschen bekommt. Und ihr wisst ja, dass ich ihn mag, den Wignettierungseffekt noch ein bisschen drüber. Gerne nicht Richtung rund, sondern Richtung eckig. Mit einer schönen weichen Kante. Oh, gar nicht so doll. So, die Lichter, das ist das untere, das schützt tatsächlich ganz helle Bereiche und das wirkt natürlicher. Also die Lichter schiebe ich mal in den Schutzbereich und schau mal, wie viel ich da noch runtergehen kann. So. Na, das hat doch was. Letzten Tacken würde ich mir noch das Gesicht anschauen. Leider hat das von euch, oder von uns aus gesehen, rechte Auge da jetzt nicht mehr so ein richtig ganz schönes Leuchten. und deswegen würde ich noch einen weiteren Pinsel auf das Gesicht legen. So. Ja, und dann schon auch auf den Hals. Schauen wir, was er da markiert. So, da kann er jetzt aber auch die Augen mit markieren und einen Tacken heller machen. So, dass man das Gesicht eben auch tatsächlich deutlicher noch im Fokus hat. Jetzt rauschen hier schon Nachrichten ein. Da kümmere ich mich aber gleich drum. Das ist immer wieder ein bisschen viel, ne? Das sieht ein bisschen zu hell aus. Gehen wir den nochmal an. Nehmen die ein bisschen wieder zurück. Ist ja nur so ein Drittel Blender oder sowas. Und können die mal in den Grundeinstellungen insgesamt noch ein bisschen Licht drauf geben. So, ich bin da mit recht zufrieden, muss ich sagen. Bin da mit recht zufrieden. Sie hat da einige Stellen an der Haut, die auffällig sind. Das werdet ihr vielleicht sehen, wenn ihr bei Instagram schaut. Die werde ich bewusst nicht wegretuschieren. Das habe ich auch damals mit ihr besprochen. Denn die gehören auch irgendwie zu ihr. Aber sage ich jetzt mal gar nicht mehr zu, wenn euch das auffällt, könnt ihr da gerne auf einem der zahlreichen Kanäle, sei es hier bei YouTube oder auch bei Instagram oder bei Facebook, auch zu schreiben. Okay, das ist das Bild für heute. Wie immer, kurz im Vergleich. Import. Dauert ein kleines Momentchen. Nein, da war es. So, das war der Import. Und machen wir das Gezumpel hier weg. Das Zack ist das Bild. Noch einmal hin und her. Das ist das RAW, wie es aus der Kamera kam. Und das Zack ist das fertige Bild. So, ihr Lieben. Das war es dann. Das Bild lade ich gleich hoch. Die Live-Aufzeichnung kommt auch ins Archiv. Ich lade aber das, was ich jetzt gemacht habe. Immerhin auf Viertelstunde habe ich es heute geschafft. Bin schon besser geworden. Die Viertelstunde gleich dann auch hoch. Schaut nach auf dem Instagram-Account, was draus wird. Das ist instagram.com glaube ich, slash axel unterstrich j unterstrich scherer. Axel j scherer suchen führt auch zum Ergebnis in Instagram. Schaut, wie es da läuft. Ich habe auch auf Facebook jetzt eine neue Seite eingerichtet für Photomove. Da findet ihr Neuigkeiten und da gibt es dann auch in Zukunft den Live-Chat nach den großen Sendungen am Freitag oder als Vorbereitung und dann diesmal auch im schönen Querformat nicht mehr in diesem beschissenen Handy-Format sondern eben auch als richtige Sendung das, was wir jetzt hier eben machen. Das ist ja viel, viel schöner. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen oder habt Spaß zu schauen, wie ich hier meinen Instagram-Account nach vorne bringe oder auch gegen die Wand fahre, je nachdem. und ich hoffe, wir sehen uns auch die Woche wieder. Ich werde versuchen, jeden Abend jetzt ein Bild zu bearbeiten und am Freitag, kommenden Freitag um 20 Uhr gibt es dann auch die neue Folge von Photomove Live wieder mit Bildkritik, die dann etwas länger geht. Ich wünsche euch einen wirklich wunderschönen Abend, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.